Erstsemesterbegrüßung am Campus Göppingen. Nach der Begrüßung in der Aula durch den Studiendekan gab es wichtige Infos zum Studiengang. Wie immer kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Beim Grill-Event mit dem VWI, vereinte Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure und strahlendem Sonnenschein gab es Regenaustausch. Wir wünschen euch allen einen super Start ins kommende Semester.